Hey Leute, in diesem Video fährst du mal, wie man eigentlich Fliesen bohren und somit zum Beispiel auch in Feinsteinzeug richtig schneiden kann. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst einmal sollten wir wissen, dass es im Großen und Ganzen zwei verschiedene Arten von Fliesen gibt. Die etwas weicheren Fliesen, da kommt man normalerweise relativ gut mit so einem normalen Steinbohrer durch. Solche Fliesen wurden früher öfters verwendet und dann gibt es aber auch noch die etwas, ich würde mal sagen, neueren Fliesen. Das sind sogenannte Feinsteinzeugfliesen und da würden wir uns mit so einem normalen Steinbohrer wirklich den Bohrer eher kaputt machen, bevor wir da ein Loch reinbekommen. Deswegen benötigen wir hierfür unbedingt spezielle Diamantbohrer. Bei solchen weichen Fliesen empfehle ich dir auf jeden Fall, dass du am besten mal ein Kreppband an einen gefalteten Zettel bzw. an ein gefaltetes Blatt gibst. Und dann kannst du nämlich das Kreppband auch schon an die gewünschte Bohrstelle einfach einmal hinkleben. Der Zettel hat jetzt den Vorteil, dass natürlich unser Bohrstaub sofort aufgefangen wird, bedeutet wir brauchen keinen Staubsauger und der Dreck fällt nicht auf den Boden. Und das Kreppband hat noch den Vorteil, dass unser Bohrer beim Ansetzen gleich nicht verrutschen kann. Normalerweise kann man das Ganze auch übrigens mit so einem Körner zum Beispiel ankörnern. Doch im schlimmsten Fall kann es einfach sein, dass wenn unsere Fliese doch relativ stark auf Spannung ist, dass wir uns dadurch so einen Riss einfangen können. Danach einen Bleistift zur Hand nehmen, die entsprechende Bohrstelle mal mit einem einfachen Kreuz kennzeichnen. Dadurch können wir nämlich auch während dem Bohr noch gut erkennen, ob wir schön mittig sitzen. Und dann am besten die Bohrmaschine bitte nicht auf die Schlagfunktion, sondern auf die normale Bohrfunktion stellen. Das Ganze sollte übrigens auch nicht mit zu hoher Drehzahl gebohrt werden. Wie du sehen konntest, sind wir nach ein paar Sekunden schon durch die Fliese durch gewesen und danach einfach mal noch das Kreppband entfernen. Wenn wir natürlich mehr bohren müssen, können wir das auf jeden Fall nochmal hernehmen und wir haben schon unser erstes Bohrloch sauber gebohrt. Feinsteinzeugfliesen sind wie gesagt deutlich härter und da würden wir mit dem Steinbohrer einfach nicht weit kommen. Deswegen am besten mal solche speziellen Diamantbohrer kaufen. Und ich habe für unsere Haussanierung mir mal so ein Set damals für circa 15 Euro zugelegt. Und das reicht auf jeden Fall für zwei Badsanierungen locker aus. Denn da sind die verschiedensten Größen, egal ob für einen Klopapierhalter, einen Wasseranschluss oder zum Beispiel auch für die Abwasserleitung von dem Waschbecken. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen, wenn du das Ganze natürlich professionell machst bzw. auch deutlich öfters benötigst. Dann gibt es solche Teile natürlich noch in deutlich besserer Qualität und es gibt diese übrigens auch zum Beispiel für einen ganz normalen Winkelschleifer. Jetzt aber genug geredet. Zuerst einmal sollte ich mir natürlich wieder mit einem entsprechend großen Kreuz meine Mitte von der Bohrstelle anzeichnen. Bitte daran auch denken, dass wir hier außen natürlich noch eine Fuge an der Wand bekommen und das Loch etwas größer sein sollte, als wir es natürlich benötigen. Nicht, dass wir hier am Ende spießen. Normalerweise kann man sagen, hier außen 2,5 Millimeter noch für die Fuge und natürlich für das Loch auch 2,5 Millimeter mehr. Auch so eine einfache Bohrhilfe kann ich dir noch ans Herz legen. Da habe ich jetzt anschließend unseren Bohrer hier vorne einfach einmal schön mittig auf das Kreuz aufsetzen können. Danach halte ich meine Bohrschablone nämlich auch an der entsprechenden Stelle fest. Kann ich hier meinen Hebel ganz einfach einmal umklappen, dass die Schablone auch fest an meiner Fliese sitzt. Und ich kann das Ganze natürlich auch noch an meine Bohrergröße anpassen. Und dadurch habe ich einfach nicht das Problem, dass mein Diamantbohrer jetzt irgendwie verrutschen kann. Nun unbedingt eine Schutzbrille und natürlich auch Gehörschutz anziehen. Und am besten sollte noch eine zweite Person mit dabei sein, die jetzt durchgehend die Bohrung nämlich mit Wasser besprühen kann. Das hat einfach den Sinn, dass natürlich unser Diamantbohrkrone nicht so schnell heiß wird und das Ganze einfach deutlich länger hält. Alles natürlich wieder ohne Schlagfunktion. Und laut der Firma BTI sollten wir jetzt einmal unseren Akkuschrauber auf eine Umdrehungszahl von 500 bis 700 Umdrehungen pro Minute für die optimale Bohrung einstellen. In meinem Fall wäre das die Stufe 1. Und jetzt geht es einfach darum, dass wir einmal ohne großen Druck anfangen, unser Loch zu bohren. Auch unsere zweite Bohrung ist jetzt fertig, weswegen ich mal die Zentriervorrichtung wieder weggeben kann. Anschließend das Wasser am besten noch vorsichtig entfernen, da natürlich unsere Fliese hier doch relativ scharf ist. Und wie du sehen konntest, das Ganze braucht einfach etwas Zeit. Also hier müssen wir uns natürlich auch nicht beeilen und somit haben wir jetzt auch schon Fliesen richtig gebohrt. Wenn du dir für zu Hause verschiedenste Steinbohrer, ein Diamantbohrerset oder natürlich auch so einen Akkuschrauber hier zulegen möchtest, dann am besten einfach einmal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon von Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.